konnte ein Super-GAU im unterfränkischen Grafenreinfeld gerade noch abgewendet werden. Zu verdanken ist dies in erster Linie Max-Leon Buschmeier aus der Bienengruppe des Kindergartens Dittelbrunn, der den Reaktor in letzter Sekunde manuell herunterfuhr. Die in der Zwischenzeit evakuierte Bevölkerung konnte in ihre Häuser zurückkehren. So, da ist er wieder. Max-Leon ist zu spät! Max-Leon ist zu spät! Max-Leon, ich hatte dich extra gebeten, rechtzeitig zum Abschiedskreis wieder da zu sein. Tut mir leid. Wir waren kurz vor der Kernschmelze und ich musste das ganze System neu booten. Max-Leon, Max-Leon, dass du uns alle vor dem Super-GAU gerettet hast, das ist eine Sache. Aber es hat nichts damit zu tun, dass du mir versprochen hattest, pünktlich hier beim Abschiedskreis zu sein. Du musst endlich mal lernen, Verantwortung zu übernehmen. Entschuldigung. Sorry nochmal. Ist irgendjemand hier, der weiß, wie man einen leckgeschlagenen Riesenöltanker leerpumpt? Na gut. Aber nur eine halbe Stunde, Max-Leon, eine halbe Stunde. Keine Sekunde länger. Max-Leon ist zu spät! Max-Leon ist zu spät! So, ist mir eine Ehre, wieder mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. Nur eine halbe Stunde! Ihr Bobby-Jones steht für Sie bereit. Nur eine halbe Stunde! Ja, ha! Saary-Gines site! Ba-dü-Ra. Jemen, in mucha Zeit.